Nachdem ich die Dispo gelesen habe, habe ich gedacht, da sitzt so einer wie aus Big Bang, Lennarts Mutter, weißt du, die keine Miene verzieht, die einfach nur geradeaus guckt oder Rain Man oder so, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Der kam und hat gelächelt, mich begrüßt, sehr sympathischer Mann, sehr angenehm, also ich glaube, den Horror habe ich mir einfach nur in meinem Kopf zusammengesponnen. Was denkst du, wie wird das Gespräch so verlaufen? Lass du selber Fragen? Ähm, noch nicht, aber ich glaube, die Fragen ergeben sich dann aus dem Gespräch heraus. Ich mache das spontan, intuitiv. Hey, ich bin Manuel Stark. Ich bin Autist. Klar, wer einen Autisten kennt, kennt genau den einen. Bei mir ist es so, dass diese feinen Linien zwischenmenschlicher Kommunikation, Ironie, Sarkasmus mich echt vor eine Herausforderung stellen und damit auch Humor, für mich was oft Unverständliches ist. Ich habe mir gedacht, ich lade einfach die witzigsten Menschen des Landes ein, damit sie mir erklären, was zur Hölle sie eigentlich tun. Willkommen bei Nicht Witzig, einem Podcast der Rosenau und des Südwesten-Folks. Hey Nikita, schön, dass du heute hier bist. Vielen Dank für die Einladung. Für Leute, die dich noch nicht kennen, will ich dich ganz kurz vorstellen. Ja. Also Nikita Miller, 1987 in Timitau. Timitau. Timitau, geboren in Kasachstan. Richtig. Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg 2019. Kleinkunstpreis des Bundes 2023. Sehr fresh und aktuell. Verrückt, oder? Die Zeit vergeht. Ich habe mich ganz besonders auf dich gefreut, alleine, weil auf der Website steht Drehbuchreifer Erzähler und der Erzähler eine Erzählreise, die man nicht abbrechen will. Ich bin Erzähljournalist normalerweise, schreibe dann eher so auf, stehe nicht auf einer Bühne und deswegen besonders schön, dass du heute hier bist. Danke sehr, danke sehr. Ich frage mich aber, was hat Erzählen so? Es gibt kaum eine Sache, die mir näher ist, mit Humor zu tun. Eine Sache, die mir echt so ein bisschen im Alltag vielleicht fehlt oder fremd ist. Ja, Geschichten, wo soll ich anfangen? Narrative sind eigentlich die wirksamste Waffe, um Botschaften zu erzeugen. Es ist eine Sache, wenn ich einfach nur auf der Bühne stehe und predige, was richtig und was falsch ist oder ich erzähle eine Geschichte, sodass die Leute das Gefühl kriegen, dass sie diese Message selber entdeckt haben. Aber wenn du die Message eigentlich direkt sendest, dann wehren sich schon viele. Aber Geschichten sind die schönste Art, um zu therapieren, um Veränderungen zu bewirken. Weil die Leute sich dagegen nicht wehren. Es klickt von alleine, weil sie sich darauf einlassen. Was für eine Geschichte möchtest du denn erzählen oder welche Botschaften platzieren? Boah, das hängt immer davon ab, was ich durchgemacht habe. Also ich habe zum Beispiel eine Geschichte, wo ich mich in der Jugend nonstop zugekifft habe. Weil ich komme nach Hause, ich sage, hey Pap, guck mal, ich habe eine 2 in Mathe. Dann sagt er, wieso keine 1? Dann komme ich heim, Pap, ich habe eine 1 in Mathe. Wie viele Leute haben noch eine 1? Und dann komme ich heim und sage, Pap, ich habe eine 5 in Mathe. Aber die anderen haben auch eine 5. Die anderen interessieren mich nicht. Wie wirst du mit so einem Druck fertig? Als 15-Jähriger. Alles, was du tust, ist falsch. Das einzige Lösungsventil ist Gleichgültigkeit. Und wie erreichst du das? Mit Drogen. Und wenn du das den Leuten sendest, mit diesen Gags, dann hast du da die Eltern, die sagen, deswegen kifft unser Hans so viel. Und dann hast du die Jungen, die sagen, das ist es, deswegen drifte ich ab. Das ist eine Botschaft. Aber dadurch, dass sie mit Lachen beschäftigt sind, dadurch, dass sie der Geschichte folgen, weil sie wissen wollen, wie geht es weiter, kriegen sie nicht mit, dass ich diese Punkte bei ihnen triggere. Ich meine, das mit der Geschichte gebe ich dir total recht. Und ich habe mir so du gerne deine Videos angeguckt, weil es so extrem viel Identifikationsmoment hat. Also klar, ich komme aus Deutschland, meine Eltern sind in Deutschland geboren. Ich habe keine Migrationsgeschichte oder irgendwas. Aber ich kenne dieses Gefühl, eine 2 in Mathe mitzubringen. Und die Eltern irgendwie so, ja, okay, abgenickt, genehmigt, so bestenfalls. Und dann kriegst du aber mal eine 4. Jung, willst du bei der Müllabfuhr enden? Und gleichzeitig frage ich mich dann, ey, das ist für mich so total dramatisch. Und du sagst gerade ja auch, das ist jetzt nicht super geil gewesen. Und lauter Leute lachen darüber. Why? Es ist nicht nur der Lacher, der einfach deine Situation entschärft, sondern du denkst dir dein Leben lang, ich bin schuld, dass meine Eltern unglücklich sind. Jetzt in diesem Moment. Und dadurch, dass ich das so preisgebe, kriegst du unterbewusst die Erkenntnis, nicht ich bin schuld. Die waren einfach nicht ganz dicht. Die waren so unzufrieden mit ihrem Leben, dass sie ihren ganzen Frust an mir abgeladen haben. Egal, was ich getan habe. Und das gibt eine Erleichterung. Du hast endlich diesen Klick, ich kann nichts dafür. Also dieses Lachen ist dann gar nicht in dem Sinne Witz, sondern einfach dieses Durchatmen. Entladung. Entladung. Und warum dann ausgerechnet Humor? Also von den Leuten? Kannst du dich da reinversetzen? Naja, Humor gibt dir einen völlig anderen Blickwinkel auf die Situation. Es ist eine Sache, klar, es gibt Dramafilme, die sehr stark sind und auch eine starke Message haben. Aber habe ich Bock, das zu gucken? Ich meine, je nach Laune und Art und dann fange ich die ersten zehn Minuten an und merke, oh, der Film, ich glaube, der ist schwer, ich habe keine Lust. Aber bei Comedy, das ist sehr schwer, sich gegen Humor zu wehren. Es ist sehr, sehr schwierig. Du lässt dich einfach treiben. Und selbst wenn es nicht dein Humor ist, was ich auch schon ein paar Mal erlebt habe, wo Leute keine Miene verziehen, dass die mir hinterher sagten, das war nicht schlimm. Ich wollte wissen, wie die Geschichte zu Ende geht. So ging es tatsächlich mir beim Anschauen von diesen Videos. Also ich erinnere mich an diesen einen Gag, wo du gesagt hast, okay, so auf der Schulbank. Der eine vier, der andere vier, der andere vier. Der nächste, oh, deutscher Junge fünf, deutscher Junge ist dumm. So, der nächste wieder vier und ich dann 1,7. Ah, das ist nicht das, worauf ich hingearbeitet habe. Lehrerin schaut drüber, ach ja, 1,5. Eins zu eins meinen Geschichteunterricht. Krass. Und mir sind wirklich die Leute dann so sprichwörtlich an die Gurge gesprungen. Alter, Manu, was machst du? Bist du Verräter oder was? Und dann denke ich mir so, ey, ich fühle mich da so verstanden. Und gleichzeitig habe ich diesen Clash. Als Autist denke ich mir dann, ey, das ist ein Typ. So, der spielt meine Kindheit auf der Bühne nach, aber alle lachen irgendwie drüber. Ja. So, wo ist da bei dir der Unterschied, wo ich die Entfremdung habe und sage, warum lachen da jetzt alle und du sagst, oh geil. Naja, der Lacher entsteht ja, ich habe mal eine Arbeit geschrieben über das Lachen. Ob auslachen, ob das, wie sagt man, ethisch sinnvoll ist, wenn dich jemand auslacht. Und auslachen ist ja eine Art von, um dich wieder ins System zu rücken. Das heißt, angenommen, du fällst hin, wenn du dich jetzt schwer verletzt, lacht niemand. Weil, ist ja klar, dass du das nicht mit Absicht gemacht hast. Aber wenn dir nichts passiert, dann sieht man, okay, er ist einfach ein Tölpel, er ist tollpatschig, ich lache dich aus. Warum? Damit du in nächster Zeit vorsichtiger bist. Oder wenn du irgendeinen Beitrag bringst, der mir nicht gefällt, ich lache dich aus, damit will ich dir sagen, du liegst daneben. Pass dich wieder an. Auslachen ist eine Form von Systemschutz. Pass dich den gesellschaftlichen Normen an. Und wenn ich jetzt eine Situation beschreibe, sei es mit meinem Vater oder meinen Klassenkameraden, die werden ausgelacht. Nicht ich für mein Erlebnis. Ich bin der, der versucht, das System zu verstehen. Die werden ausgelacht und das zeigt, die lagen falsch mit ihrer Haltung. Die sind nicht ganz dicht. Die rücken ab vom System. Die haben ihr Maß verfehlt. Und das ist aber ja super interessant und spannend. Gerade wenn man irgendwie so hier sitzt und ha ha, Autist und neurotypischer Comedy-Mann. Wenn man dann sagt, okay, das System, die sind falsch, die sind außerhalb des Systems. Das ist natürlich irgendwie Story of my life. Dass ich mir denke, okay, ich bin falsch, ich bin außerhalb des Systems. Und wenn dann plötzlich Lachen zu etwas wird, das einen ins System zurückholen soll, zu dem man dich geschaffen hat. Es wird jetzt sehr philosophisch. Aber dann hat der Lachen plötzlich was total Ausgrenzendes, oder? In erster Hinsicht, ja, es hat etwas Ausgrenzendes. Aber wenn du das entsprechend nutzt, hat es auch etwas Wachrüttelndes. Das zeigt, du weichst der Norm ab. Wir haben ja hier so eine Bubble. Wir nennen sie die Norm. Und je mittiger du in dieser Bubble dich bewegst, desto normaler bist du. Und je weiter du von dieser Bubble abweichst, desto mehr bist du verschoben. Und ein Synonym für verschieben ist verrücken. Du bist verrückt. Und das ist ja das Ding. Es gibt nur zwei Leute, die das Recht haben, verrückt zu sein. Das sind Herrscher und Künstler. Allen anderen wird das nicht verziehen. Die werden bestraft. Durch Auslachen, wenn sie das Maß weiter überschreiten. Durch Wegsperren, Isolieren. Und man kann es sich hochrechnen. Nur Herrscher und Künstler dürfen verrückt sein. So ist ja das System. Aber ist das gut so? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Eigentlich nicht. Wobei bei Herrschern, das ist gefährlich. Julius Cäsar meinte, er sei von der Göttin Venus, stand er ab. Wir kennen einen Haufen anderer Diktatoren, die ihre Norm verfehlt haben. Bei weitem. Aber bei Künstlern, das ist schon gerechtfertigt, da Künstler bewusst verrückt sind. Die durchdenken das, die filtern das. Was kann ich wiedergeben? Was lasse ich eher weg? Das ist eine andere Form von Verrücktheit. Und leider sind diese beiden gesellschaftlichen Formen, also Herrscher und Künstler, die einzigen, die in der Lage sind, die Welt zu verändern. Die Verrückten. Die Verrückten sind die, die die Welt verändern. Das hat einen super positiven Touch. Mag ich total. Aber damit es wieder ein bisschen witziger wird, haben wir einen Clip vorbereitet. Was hat sich die letzten Jahre noch so getan? Ich bin jetzt erwachsen geworden. Glaube ich. Ich habe so eine Checkliste, an der ich das ablesen und vergleichen kann, woran ich merke, dass ich erwachsen bin. Zum einen, ich höre Gangster-Rap, während ich die Spülmaschine einräume. Zum zweiten, ich sage, statt Fick dich, mal gucken. Ey, es ergibt vieles Sinn, ne? Könnt ihr euren Kindern nicht mehr sagen. Oder ja doch. Und zum dritten, ich habe geheiratet. Wir haben im Lockdown geheiratet. Wir hassen Menschen. Und ey, Corona ist die beste Ausrede für alles. Hey, ich wollte mit euch feiern. Und dann kam Corona. Ich wollte meine Schwiegermutter besuchen. Und dann kam Corona. Ich wollte keine Pornos mehr gucken. Aber dann kam der Lockdown. Die Leute brechen sich ja wirklich ein und drauf ab. Auch bei solchen Sätzen wie, ja, statt Fickt euch oder Fickt dich, sage ich, jetzt mal schauen oder jetzt mal gucken. Und dann plötzlich, du schaust in dieses Folie und sagst, jetzt ergibt vieles Sinn. Und wieder lachen alle. Und ich sitze da und denke mir so, nee, irgendwie gibt es gar keinen Sinn. Was ist da los? Magst du mir mal kurz diesen Witz erklären? Weil ich einfach nur das Neue... Sicher, sicher. Naja, wenn das Kind dich ständig nervt, Mama, ich will dies, Mama, ich will das, Mama, Mama, Mama. Du weißt, wenn du dagegen ruderst, ruht das Kind auch dagegen. Sofern es keine Angst vor dir hat. Aber wenn du das Kind mehr oder weniger auf Augenhöhe betrachtest, dann habt ihr so ein Auge-in-Auge-Klinch und das Kind wird nicht müde, es hat die Energie, es ist jung, du hast keine Lust mehr, es rächt nicht, wenn es das dritte, vierte Kind ist. Also sagst du dem Kind, um es zu beruhigen, mal gucken. Aber insgeheim im Hinterkopf sagst du eigentlich, du kriegst gar nichts, leck mich am Arsch. Das ist es. Oder auch, hey, kommt hier zu uns zum Essen. Du hast keine Lust, du kannst diese Leute nicht ausstehen. Du willst einfach nicht. Aber du weißt nicht, wie du jetzt knallhart Nein sagen sollst. Aus Höflichkeit, aus Angst, warum auch immer. Also sagst du, ja, mal gucken. Was eigentlich heißt, ich brauche Zeit, um mir eine Ausrede zu überlegen, um nicht zu kommen. Was wiederum heißt, fuck you, ich komme gar nicht. Das ist tatsächlich das, wenn wir über verrückt reden, was ich super spannend finde, weil das, klar, so jeder Autist ist verschieden wie jeder Linkshänder, aber bei mir ist das so der Grundstruggle meines Lebens. Wenn ich sage, hey, hau ab, dann meine ich, hey, hau ab. Wenn ich irgendwie sage, mal gucken, dann meine ich, ja, bin jetzt noch nicht so weit, muss mal nachgucken. Das muss so erleichternd sein. Es ist richtig bescheiden. Ja? Ja, ich meine, du weißt halt nie, wie Leute wirklich mit dir umgehen wollen. Also mir wäre das ein Segen, so jemanden in meinem Kreis zu haben, weil ich weiß dann immer, woran ich bei ihm bin. Ich muss dann nicht irgendwie deine Signale lesen oder gucken, was denkt er gerade oder warum redet er heute so komisch mit mir und wenn ich ihn anspreche, dann redet er drumherum, weil er Angst hat. Das ist so bequem, das nimmt mir so viel Stress. Und ich finde, die Leute, die sich da irgendwie empört oder verletzt fühlen, die haben einfach ein dünnes Fell, Nerven aus Glas. Ich stehe drauf. Ich mag diese Kritiken auch und es nimmt so viel Stress. Hey, gehen wir da hin? Nein, fertig, geil. Wie gut ist das denn? Dann gehen wir zum nächsten Punkt, suchen wir neue Lösungen. Für mich, jemand wie du in meinem Kreis. Traumhaft. Ich bin auch gut darin geworden, so mein Anderssein, wenn man so will, als diese normalen Null, wenn man das mal so ausstellen möchte, so gut möglich zu verbergen. Da würde ich dich gerne nur fragen, ob du eigentlich auch solche Erfahrungen hast, weil ich meine, du spielst da auch damit, mit solchen Klischees. Oleg sagt das und zack und haut eine runter und ist dann irgendwie der Typ, der zwei Wodkaflaschen ägst und seinen drei deutschen Freunden nur eine abgift und er nimmt alleine zwei. Also du spielst ja auch damit. Ja, das ist richtig. Also in unserem Kreis, wir waren immer sehr straight. Das war sehr straight. Klar, Gewalt gab es immer wieder. Aber es war wirklich, wenn ich irgendwas gesagt habe, die Jungs waren da wirklich, ey, sag das nicht nochmal. Das trifft kurz, aber ich habe gemerkt, okay, ich habe es verstanden, komme nicht wieder vor. Und ich hatte so meine ersten deutschen Freunde erst nach dem ersten Studium 2014, 15, so wirklich. Und es war echt schwer für mich, mich da so zu integrieren, weil ich habe gemerkt, die Normen hier sind völlig anders. Wenn den Leuten was an dir nicht passt, sie sagen es dir nicht. Sie beschweren sich bei allen außer bei dir. Ich will jetzt nicht alle in einen Topf werfen, es gibt solche und solche. Meine Erfahrung war einfach so und dann weiß der von mir und der von mir und der von mir und manchmal stapelt sich diese Beschwerde dann so hoch, dass sie nicht mehr mit dir befreundet sein können, weil alle schon wissen, wie er über dich hergezogen hat. Wie sieht denn das aus, wenn er sich wieder mit dir abgibt? Und das ist so anstrengend. Du musst Signale lesen, du musst intuitiv sein und das war, da vermisse ich schon meine alten Freundeskreise, die zwar in unseren Gesprächen wir einfach sehr viel einfacher waren und der Stoff sehr schnell, viel schneller zu Ende ging, aber es war auch Entspannung. Es war einfach Entspannung. Ist denn dieses Auftreten auch ein Weg, das so ein bisschen zu verarbeiten, mal dazu zu spiegeln? Weil ich meine, du gehst ja jetzt voll rein, genau in diese Art von Kommunikation. Total, total. Ich meine schon, dass das, ich würde nicht sagen, dass ich mit meinen Sets mich therapiere, das glaube ich nicht, sonst würde ich da wahrscheinlich ganz anders rangehen. Ich muss mich ja schon der Crowd anpassen. Was feinten die witzig? Was käme mir bei denen besser an? Also wir gehen da schon Kompromisse ein. Kompromisse heißt ja, wenn alle Parteien auf dieselbe Weise unzufrieden sind. Und insofern eher nicht, eher hole ich die Leute ab. Ich habe so das Gefühl, vielleicht klingt das sehr, vielleicht sogar narzisstisch, zu sagen, ich will die abholen, die das seit Ewigkeiten mit sich rumschleppen. Die das wirklich mit sich rumschleppen. Es gibt, ich kenne unzählige, die verprügelt wurden von ihren Eltern, bis heute meinen, ich war schuld. So, ey, du warst acht. Ja, aber ich war wild. Ich war, ich kannte meine Grenzen. Was haben die dir da eingetrichtert, dass du so denkst? Und die würde ich gerne abholen. Einfach zu sagen, du kannst nichts dafür, Mann. Zur falschen Zeit, im falschen Ort geboren. Passiert. Und das ist ja, was wahnsinnig Schönes. Was ja wirklich so eine Mission ist, was Geschichten erzählen, mitmachen kann. Und ich frage mich so, es ist vielleicht ein Klischee, vielleicht Wirklichkeit. Viele Leute sagen ja, man muss erst mal selbst Schmerz erfahren haben, so ausgegraben worden sein, um dann so einen Resonanzkörper für die Melodie der anderen in sich zu tragen, zu spüren. Inwiefern trifft das dann auf dich zu? Trägst du da schon, vielleicht, wenn du sagst, nicht Therapien, aber trotzdem so einen biografischen Kahn mit rum, aus dem du schaffst? Ja, und wie. Ich trage einen riesen Rucksack mit mir rum. Ich meine, um das kurz zu fassen, kann ich sagen, meine Eltern haben so ziemlich alles falsch gemacht, was sie hätten falsch machen können bei mir. Und ich dachte lange, es geht nur mir so. Ich war mal auf einer Geburtstagsfeier, ein Freund hat einen 18. gefeiert, auch russische Kreise. Und er hat sich so abgeschossen, dass er mitten in der Einfahrt bewusstlos am Boden lag. Wir haben ihn nicht wachgekriegt. Wir haben ihn gerüttelt, geschüttelt, Wasser ins Gesicht. Er ist nicht aufgestanden. Der Vater kommt raus und sagt nur halblaut, im ruhigen, also wirklich so in einem ganz ruhigen Ton, Vitali. Und der Typ springt auf und steht wie eine Eins und sagt, Papa, ich habe nicht getrunken, ich bin nur müde, ich bin nur müde. Und das ist, was für eine Muscle Memory wurde da bei dir getriggert, dass du in dem Zustand so aufspringst. Das ist, das war so. Wir kamen, ja, die Sowjetunion, die Leute sind traumatisiert. Es ist eine Massendepression gewesen. Und das hast du einfach am besten wohl mit Alkohol und Gewalt kompensiert. Und der Frust wurde an uns abgeladen. Und jetzt der Sprung aus den 80ern in die 90er, in den Westen, der Sprung war immens. Wir hatten zu Hause, mein Vater hatte eine Bruce Lee Videokassette, die gingen nur zehn Minuten. Es war verboten. Westliche Kunst war einfach, Videos und so weiter, es war der Feind. Aber wir hatten zehn Minuten Bruce Lee und wir haben das rauf und runter geguckt. Als wir nach Deutschland kamen, der war entsetzt, als er sah, das Ding geht eineinhalb Stunden. Das ist, das ist unser Stand, also künstlerisch betrachtet. Und dieser Sprung von den 80ern plötzlich in den Westen, der war so immens. Wir waren, die waren alle so überfordert. Die waren alle so, die meisten Sowjets, die hierher gekommen sind mit ihren Diplomen, mein Vater hat zwei Diplome, die sind hier in Deutschland alle in die Fabrik. Die sind alle, da ist ein so anderes Bewusstsein und du als Kind, das hier im Westen aufwächst und nur diese Werte kennenlernt, da clashen zwei Kulturen aneinander und das kriegst du voll ab. Wenn du jetzt sagst, irgendwie wir haben, wir haben, wir haben, heißt das, du hast schon im eigenen Elternhaus das auch gemerkt, so der Abfalleimer für Fruste. Ja, und wie, und wie, das war, das war, ja, absolut, das Kind hatte null Recht. Also auch wenn du, ich sehe deutsche Kinder, die sind schlagfertig, die Mama sagt was, das Kind sagt was zurück und drumherum wird gelacht, weil die Leute beeindruckt sind, wow, so jung und schon so schlagfertig. Wenn das bei mir der Fall war, bam, hast du eine gekriegt, wer hat dir erlaubt, so frech zu reden? Wehe, du hast irgendwie Schlagfertigkeit in, das war tabu. Dann kriegst du eine geschmiert, du heulst, gehst ins Zimmer, weil Papa dir eine geschmiert hat, zehn Minuten später kommt Mama ins Zimmer und sagt, jetzt gehst du zum Papa und entschuldigst dich. Das wird, da wird dir das eingetrichtert, bis zum geht nicht mehr, diese Schuld. Wie gehst du denn heute damit um, wenn du über solche Sachen ja öffentlich redest, so in dem Verhältnis zu deinen Eltern? Na ja, ähm, wie gehe ich damit um? Also, da gibt es mehrere Punkte, zum einen, musste ich das therapieren lassen, ich wurde diagnostiziert mit posttraumatischer Belastung und Depression, ähm, zum anderen, ähm, meine Mutter ist sehr jung gestorben an BSE, und, äh, insofern konnte ich mich sehr früh von ihr verabschieden und mit ihr mehr oder weniger ins Reine kommen, und mit meinem Vater habe ich schon seit sehr vielen Jahren nicht mehr gesprochen, weil das einfach nicht mehr möglich war. So oft ich versucht habe, das auszudiskutieren, ich war schon bereit zu sagen, was in der Kindheit war, ist gewesen, mein Gott, ist okay, du bist falsch abgebogen. Hättest du das geschafft? Ja, ich hätte gesagt, gut, lass ich weg therapieren, mir ging es darum, ändere dich jetzt. Ändere dich, und das hat er nicht. Also das, das, das ging nicht mehr, das, das war nicht möglich. Die Beleidigungen haben sich fortgeführt und, 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 es war nicht mehr möglich. Es war einfach nicht mehr möglich. Und, ähm, zu sehen, meine ganzen Freunde, die da, die da, die da sich noch weiter abmühen mit ihren Familien und so weiter, obwohl sie nicht wollen, wo ich frage, wieso gehst du da noch hin? Ja, aber es ist mein Vater. Er hat dich geprügelt, bis du 16 warst. Du konntest einmal nicht mal richtig laufen. Er hat in dich eingetreten. Warum, warum gehst du da noch hin? Ich glaube, das wäre vielleicht so ein kleiner Gefallen, wenn auch nur sehr klein, wenn ich diese Nummern spiele und sage, Alter, du bist nicht allein. Vielleicht gibt dir das einen kleinen Wachrüttler, dass du vielleicht irgendwo doch in eine andere Richtung biegst und wer weiß, was passiert. Keine Ahnung. Was müsste denn passieren? Damit dein Vater irgendwo draußen von einem Bildschirm hängt, entweder deine Comedy mitkriegt, vielleicht diesen Podcast hört und aus welchem Wunder auch immer sagst, irgendwie legt sich bei mir gerade ein Schalter um. Irgendwie habe ich zumindest ein Fünkchen oder was verstanden. Wäre es zu spät oder könnte er noch was tun? Also zu spät wäre es im Sterbebett, weil wenn Leute sterben, haben sie plötzlich alle Reuegefühle. Das ist keine Kunst. Im Sterbebett kommt dir das Leben plötzlich so simpel vor. Oh, hätte ich nur, könnte ich nur. Das akzeptiere ich nicht mehr. Das ist der Zug abgefahren. Das ist so, hey, du gehst ins Jenseits und jetzt muss ich mit dir Karma bereinigen, weil du jetzt ein Gewissen hast. Das wäre durch für mich, so hart das klingt. Aber es ist nie zu spät für Veränderungen. Leider aber weiß ich nicht, was passieren müsste, dass bei mir so ein Nerv sich aktiviert, der sagt, okay, wir probieren es. Aber ich weiß auch, also ich kann sagen, es ist auch nicht meine Aufgabe, das zu wissen. Du musst das wissen. Du hast die Sauerei angerichtet. Du musst gucken, wie du das wegwischst. weil die Tür steht ein Spalt weit offen, aber mehr auch nicht. Wenn du jetzt dann in Form von Geschichten diese Gesellschaftsbilder entwirfst, sind das Personen, die es wirklich in deinem Leben so gegeben hat oder entwickelst du die wirklich als Charaktere, als Kunstfigur? Gemischt. Manche Figuren kombiniere ich, mehrere zu einer und manche, wo ich sage, in manchen Geschichten war das wirklich genau so. Aber ja, es ist nicht erfunden. Wenn ich das eher hole, dann ist das so, ah, der eine war doch auch so, komm, wir tun den einfach in die andere Figur rein. Sonst hat die Story zu viele Figuren, dann wird es kompliziert und unübersichtlich. Aber ja, es ist alles aus meinem Unterbewusstsein, aus meinen Erinnerungen, wie ich das alles konzipiere und zusammensetze. Wie lange planst du dann so einen Gag? Also für mein erstes Programm habe ich eineinhalb Jahre geschrieben. Krass. Für das zweite Programm, da war ich schon sehr geübt, weil ich viel mit dem SWR zu tun hatte und viel geschrieben hatte, da habe ich zweieinhalb Wochen gebraucht. Hm, krass, Beschleunigung. Das ist ja wie ein Muskel. Kreativität ist ja ein Muskel. Je mehr du machst, desto schneller schaltest du, desto aktiv, wie bei dir mit dem Journalismus. Ich glaube, du machst das mittlerweile, wenn ich dir sage, ich brauche einen Text von 800 Wörtern, du machst das wahrscheinlich in 15 Minuten, ratterst das runter und I wish, ich bin wirklich so Slow Journalism-Vertreter. Ich habe mich tatsächlich neulich mit einem Redakteur von mir unterhalten und ich habe auch gesagt, Alter, ich nenne ihn mal Stefan, um nicht echte Personen hier mit reinzuziehen. Stefan, warum arbeitet ihr überhaupt mit mir? Ich reiße irgendwie eine Deadline nach der nächsten, wenn man mir nicht ganz klar sagt, bis dahin hast du abgegeben, dann gebe ich irgendwie im nächsten Jahrhundert irgendwann ab. Und er sitzt so da vor ihm so ein Burger, er beißt doch nicht rein, sondern grinst mich so ein bisschen an. Weißt du, Manuel, es gibt so die Zuverlässigen und ich denke mir nur so, ja, bin ich nicht. Und dann genießt er so ein bisschen das Schweigen und es gibt halt die Charaktere. Ah ja, ja, das ist Qualität, setzt sich letzten Endes immer durch. I try. Wie ist das denn für dich? Du sagst, du spielst mit Klischees, du bastelst diese Charaktere. Wenn ich dich richtig verstehe, machst du mit dir selbst als Person ja auch was ähnliches, oder? Wenn du deine Rolle damals wieder im Probe holst, oder ist das immer autobiografisch? Bisher ist es autobiografisch. Natürlich, da sind ja diese Gags und alles drin. Aber es haben ja schon immer wieder Leute nach der Show gesagt, hey, wenn man die Gags weglässt, dann sind das echt traurige Geschichten. Die sind wirklich düster, die sind sehr hart. Die sind insofern, ja, bisher, bisher ist es autobiografisch. Bisher. Klar, dass zum Beispiel, wenn wir diese Alkoholgeschichte nehmen, dass ich das nicht alles an einem Abend erlebt habe, sondern an mehreren Abends und ich pflaster das in einen Abend rein. Es ist einfach mehr passiert. Aber ja, tatsächlich, es ist autobiografisch. Gibt es denn dann, wenn du sagst, okay, ausgerechnet das Lachen ist bei dir was Befreiendes, ist auch was Aufklärendes, ein bisschen das trojanische Pferd, dass das politische Aufklärung reingaloppieren soll, irgendeine Grenze, wo du sagst, okay, das ist jetzt zu dunkel, das ist jetzt zu finster oder unangebracht. Weil das Spiel mit Klischees hat ja auch immer die Gefahr, sie zu reproduzieren, statt zu brechen. Natürlich gibt es solche Dinge. Was sehr schwierig war für mich zu schreiben, war einmal eine Geschichte, die ich als Türsteher hatte. als wir einen ausgenockt hatten und er kam dann ein paar Stunden später mit zwei Autos und es war halt eine Gang, die gekommen ist. Sie hatten alle so einen Totenkopf auf der Jacke und so weiter. Ich war 19, es war eine meiner ersten Nächte. Ich hatte Angst, bis zum geht nicht mehr. Wir waren nur drei Türsteher und ich sag, also wenn es nach mir ginge, komm, wir gehen rein, sperren die Tür zu, rufen Polizei, verstecken uns im Mädchenklo. Und einer meinte, ein Russe, sagt er, ich habe bessere Ideen. Dann holt er so einen fetten Feuerlöscher und sagt, das ist ein Pfefferspray, habe ich selber gebastelt. Ich gehe rein und sprühe sie voll und während sie weinen, schlägst du zusammen so viele du kannst. Und da dachte ich, wie soll ich das den Leuten erzählen? Bis mir einer gesagt hat, erzähl es genau so. Es ist perfekt, wie es ist. Es ist, ja, weil ich nie, ich habe noch nie Comedians reden gehört über Gewalt oder elterliche Gewalt oder Prügeleien oder Misshandlungen. Ich habe das nie gehört von jemandem. Ich bin jetzt Single, ich war im Ikea und ich habe jetzt ein Kind. Das ist überwiegend das. Warum? Weil das am einfachsten ist. Am einfachsten, mit einfachsten meine ich, damit holst du immer die meisten ab. Und ich wollte da nicht hin. Das wundert mich insofern so ein bisschen, also ich finde es gut, und es wundert mich aber so ein bisschen, dass der beispielsweise auch Großdieter Großdieter nur auf deiner Website zitiert, der lobende Worte über dich verliert. Und Dieter nur, wurde mir gesagt, jetzt von ein paar anderen Comedians und Kabarettisten, ist der mit, ich sage jetzt mal, der populistischen Angel. Bei dem ist es immer so sehr leicht, sich da zu identifizieren, Hauptsache die Gegenhaltung entwickeln. So ein bisschen die Welt. Weißt du, er provoziert gerne? Ja, aber aus dem Selbstzweck heraus. Schwer zu sagen, warum er das macht. Ich kann nur raten, ich habe ihn seit sehr langer Zeit keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt, aber ich meine, er hat ja diese Show und alles läuft und alles ist im Gleichgewicht und das kann auf Dauer langweilen. Und dann versucht man, Dinge zu tun, die dich lebendig fühlen lassen. Und wahrscheinlich, wenn er provoziert und gewisse Dinge sagt, ich will damit nicht sagen, dass er sie nicht so meint oder irgendwas, das gibt ihm eine Form von, na wie sagt man, so eine Amplitude, die kurz hoch geht, so ein Puls. Was gibt es dir denn diese Amplitude oder das Gefühl, sich lebendig zu fühlen? Naja, also ich habe zum Beispiel sehr, sehr kritische Sets gegen die Bibel und gegen Gott. Die halten mich am Leben. Vor allem, wenn am Ehrnachter Show noch Leute kommen und mich anschreien, dass du bist das Letzte, du bist Satan in Menschengestalt. Das hält mich am Leben. Und das war interessant. in der Therapie hat man mir damals gesagt, dadurch, dass du so viel Gewalt erlebt hast, du sehnst dich nach dieser Anspannung. Also es ist wie eine, naja, die Kriegsveteranen sagen, nicht das Kriegsgeschehen an sich war schrecklich, sondern der Alltag, in den Supermarkt gehen und so weiter, weil du ständig darauf wartest, dass gleich eine Bombe einschlägt. Und das war ähnlich bei mir. Je entspannter ich bin, desto eher war ich in dieser Angriffshaltung, gleich passiert was. Irgendwas passiert. Und wenn ich das dann auf der Bühne mache und provoziere und die Leute kochen hoch, dann habe ich endlich diese Gefahr und erst dann entspanne ich. Okay. Ja. Was ist denn dann was? Ich finde das schon total nachvollziehbar und frage mich zugleich, wenn es so viele auch mit Adrenalin zu tun hat, mit Anspannung zu tun hat, was ist denn eigentlich eine Art von Humor über die du selbst lachen kannst? Ich liebe verbotenen Humor, aber verboten nicht im Sinne von Vergewaltigung oder etwas in der Art, sondern eher im Sinne von Heuchelei. Und da zum Beispiel ist die Religion ein schönes Thema. Das ist wirklich, wo ich da in einem Set fragt mich Viktor zum Beispiel, Nikita, wie hast du geschlafen? Ich sage, beschissen. Und du? Und er sagt, tief und fest. So wie Gott während dem Zweiten Weltkrieg. Und da ist Empörung im ganzen Saal, aber auch gleichzeitig. Ja, stimmt. Wo war der eigentlich? Es ist hier in Westeuropa, es ist einfach, religiös zu sein. Hier hageln keine Bomben, hier gibt es keine Konzentrationslager, aber zwei Drittel der Welt sind Diktatur. Wir sind die eigentliche Bubble. Und da frage ich mich, wie kannst du an das alles glauben, wenn gleichzeitig solche Dinge passieren? Es ist entweder existiert ein Gott, aber der macht Reality-TV und lässt sich am Arsch vorbeigehen oder spielt Flaschen drehen oder oder gibt es Millionen Theorien, aber die, wie sie in der Bibel steht, die ist heuchlerisch. Das ist wirklich... Das ist aber wieder ziemlich tragisch, Herr Ahns, und eigentlich jetzt nicht so der Mega-Witz. Nein, eigentlich nicht, aber man kann das schön zu Witzen formulieren, weil diese Geschichten in der Bibel, ich wurde christlich erzogen, meine Familie, ein Teil meiner Familie ist sogar baptistisch veranlagt und ich habe dann angefangen, das Ding zu lesen, also streng religiös quasi. Das ist streng religiös und ich wollte näheren Zugang zu Gott quasi. Ich war jung, dann habe ich angefangen, das Ding zu lesen und für mich hat einfach vieles keinen Sinn ergeben. Es ist Adam und Eva essen den Apfel, merken, dass sie nackt sind. Ich sage, wie können die merken, dass sie nackt sind, wenn sie noch nie angezogen waren und solche kleinen Fragen und die Fragen wurden immer größer und mir konnte das keiner beantworten. Selbst im Theologiestudium, da saßen die Studenten mit mir in Philosophie, auch die wussten nicht weiter und irgendwann haben mir dann Leute gesagt, es heißt ja auch Glaube und nicht Wissen und das war mir zu lückenreich. Irgendein Buch, was da vor über 2000 Jahren geschrieben wurde von der Schäferkultur, danach müssen wir uns richten? Ich weiß nicht. Hast du vielleicht spontan einen Witz da, der das aufgreift oder sagt, über den Witz habe ich schon mal lachen können? Ja, sicher doch. Naja, zum Beispiel Jungfrau Maria, die da, ich meine, stell dir mal vor, du bist verheiratet, du und deine Frau, ihr hattet noch nie Sex. Plötzlich kommt sie zu dir und sagt, ich bin schwanger. Du, ich als Mann würde mir sofort denken, das kann nur Gott gewesen sein. Da fängt es schon an. Da fängt es schon an. Das ist, ja. Also dieses Spiel mit... Logische Lücken werden einfach durch Glaube retuschiert und ich liebe das, das den Leuten vorzuhalten. Hier seht mal. Wobei ich auch unterscheide zwischen spirituell und religiös. Religiös bist du, wenn du Angst vor der Hölle hast. Spirituell bist du, wenn du schon in der Hölle warst. Das ist natürlich irgendwie sehr, jetzt schon fast Kalenderspruch, aber wie fern hilft Logik für die richtigen Worte? Weil hier habe ich jetzt den Bruch, weißt du? So als Autist denke ich mir, ja Logik, alles voll klar und ich scheitere ja sehr oft genau da. So an dieser neurotypischen Kommunikation, dass auch wirklich das ankommt, was ich sagen will. Ich sage immer A und fühle mich dann immer ein bisschen wie so, weißt du, Schule, Gymnasium, 11. Klasse, Gedichtinterpretation. Was wollte uns der Autor damit sagen? Und da steht da, Sky is blue und meine Deutschlehrerin redet irgendwas von, ja und die Metaphorik und Freiheit des Himmels und ich denke mir so, als Autor, als Sprechender, so, Sky is motherfucking blue. Also es ist einfach nur blau. Und das ist so diese Metaphorik im Alltag und du sagst, ja das hilft mir die Worte zu finden. Vielleicht, vielleicht, ja die deutsche Sprache ist schon sehr präzise. Wenn du zum Beispiel im Japanischen den Satz übersetzt, der Himmel ist blau und ins Deutsche zurück übersetzt, dann kommt raus, der Himmel erscheint mir blau. Das heißt, die gehen davon aus, dass das alles nicht echt ist. Das kann immer noch eine Matrix sein oder wir sehen nur das, was unser Farbspektrum uns erlaubt zu sehen. Das ist interessant. Die sagen nicht, der Himmel ist blau, der Himmel erscheint mir blau. Ist das dann nicht eigentlich die präzisere Sprache? Eigentlich ja, finde ich schon. Interessant ist auch, wenn du das Wort Spielen, das japanische Wort für Spielen übersetzt ins Deutsche, dann kommt das Wort nicht arbeiten. Das ist so deren Haltung. Das ist so, du kannst anhand der Sprache wirklich die Haltung und die Moral eines Volkes aus der Ethnie herauslesen. Das ist interessant. Arbeit heißt auf Russisch Roboter. Ja? Roboter heißt arbeiten wie Roboter. Roboter. Krass. Ich habe neulich erfahren, ich spreche es sicher falsch aus, aber das japanische Wort Komoribe gibt es. Das bezeichnet in der Natur den Sonnenschein, der durch Blätter fällt. Und wenn du so von unten gegen den Baum schaust, ich finde es irre, dass es für so ein Phänomen Wörter gibt, oder? Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, der Reichtum an Sprache lässt diverse Gefühle zu. Ich glaube, die Inuits haben 15 verschiedene Wörter für Schnee. Die haben 15 verschiedene Schneezustände. Wir haben nur kalt, nass, hart, weich, fertig. Und die können auch diese Zustände fühlen. Genauso wie mit den Farben. Da gibt es Völker, die haben viel weniger Worte für Farben als wir. Und so sehen sie auch die Welt. Das ist faszinierend. Und ich glaube, je nachdem, wie deine Sprache auch ausgelegt ist, so denkst du auch. Und das kann dann auch manchmal sein, 11. Klasse, ich meine, ich war da alles andere als belesen. Der Himmel ist blau, hätte ich genauso gesagt. Der Himmel ist blau, was willst du von mir? Lass mich in Ruhe. Jetzt vielleicht mit 30 hätte ich ein bisschen mehr Interpretation reinbringen können, aber dann müsste ich das Gesamtwerk und den Typen an sich erst mal erforschen. Wir haben dann vorhin viel über Dramaturgie geredet, aber wenn wir sie jetzt davon haben, denkst du diese Art von Sprache dann auch bei deinen Gags mit? Also ob du dieses eine Wort wählst oder das Synonym 30 auf der Liste? Auf jeden Fall, nicht nur das, ich denke sogar, soll ich den Satz grammatikalisch etwas verfälschen, damit das Wort in die Position besser reingerückt ist, damit der Lacher anders kommt, als wenn das Wort da ist. Das macht Unterschiede aus. Die Leute leben lieber damit, dass du den Satz grammatikalisch nicht ganz korrekt aussprichst, aber das Wort so erscheint, dass dann eher, es ist unglaublich, ja, tatsächlich habe ich diese neurotische Art. Ich sage den Satz, keiner lacht, warum? Ich finde den Gag gut, er ist gut, also muss ich Wörter tauschen. Und spielst du dann auch damit, dieses migrantische quasi Klischee noch ein bisschen aufzubauen, eben dadurch, dass dann grammatische Fehler drin sind? Nicht immer tatsächlich. Natürlich, wenn ich merke, ich muss den Satz jetzt so verzerren, da kommt gar nichts Vernünftiges zustande, dann sage ich, soll Viktor das sagen? Dann verzeiht man mir. Aber wenn ich sehe, dass der nicht allzu verzerrt ist, so wie zum Beispiel, wenn ich den Satz sage, ich habe gebraucht elf Minuten, dann ist der Satz von mir. Aber so kommt eher der Lacher. Was mir passiert war, als ich diese Sapivon-Geschichte erzählt habe, mit dem Alkohol trinken an der Bushaltestelle, das war das einzige Video auf YouTube und es hat wirklich nahezu über Nacht eine Million Klicks gekriegt. Jetzt, was für Leute sind in diese Show gekommen, die nur diese Nummer kriegen, wo es oben... Sapivon-Geschichte ist das, wo man sagt, okay, deutsche Junge hat Geburtstag, wir holen uns Alkohol, also Wodka auch von der Tankstelle, kippen und danach lutschen wir im Bonbon und das Tier den Schlund verbrannt hat, weil es so gebrannt hat, weil, ich weiß nicht, war es Oleg, war es Viktor, die er die Flasche nicht mehr hat runter genommen lassen. Genau, die Geschichte war, die hat jetzt 1,8 Millionen. Wahnsinn. Aber, ich war in Städten, da waren eben genau diese Leute da, die meinten mit dieser Geschichte, ich bin einer von denen. Die haben sich vorlaufen lassen, sind in meine Show, die haben gecrashed, die haben gepöbelt und es kam schon vor, dass ich sagte, hier, macht mal Licht an, ihr vier raus, haut ab, ihr kriegt euer Geld wieder, geht auf mich, haut ab. Ich schäme mich, euch als Fans zu haben. Und wenn ich die rausgeworfen habe, das war so, wir warten draußen auf dich. Und dann hat der Veranstalter gesagt, hey, soll ich die Polizei rufen? Und ich habe gedacht, nein, wozu habe ich all die Jahre trainiert? Ich gehe da jetzt raus. Ich habe meinen Manager angerufen und gesagt, ey, kann sein, ich prügel mich jetzt, ich weiß es nicht. Und dann hat er gesagt, guck, dass es jemand filmt, dann kriegen wir ein paar Klicks. Das war, das war so ein Spaß, aber es war so, das war schon ein Spaß. Das war ein Spaß, aber ich war bereit, das zu klären. Ich habe gesagt, nein, ich gehe da raus, die kassieren. Aber es war wirklich, ich war, ich hatte wirklich schon so einen Hass. Ich wollte gar nicht mehr auf Tour gehen, weil nur noch diese versoffenen Individuen in meine Show kamen. Krass. Ja, das war anstrengend. Das war verflucht anstrengend. Wir kommen langsam, und ich bereue es tatsächlich, aber wir kommen langsam schon wieder in Richtung Einende. Ich habe jetzt unzählige Fragen gestellt. Ich finde es auch schade. Und möchte aber nochmal fragen, hast du noch irgendwas, wo du sagst, ey, das möchte ich irgendwie noch mitnehmen oder noch erzählen? Naja, was ich erzählen kann, ich hatte unzählige Jobs. Ich war Türsteher, Bodyguard, ich war Türsteher im Bordell, in Clubs, ich habe Pizza ausgeliefert, ich habe Kaninchenkäfige geputzt, was habe ich immer, Gras verkauft, als ganz jung noch in Band gearbeitet und, und, und. Die Liste ist riesig. Und all diese, es gibt verschiedene, es gibt zwei Arten von Leuten. Es gibt die einen, die wissen von Anfang an, wo sie hingehen, und es gibt die, die es nicht wissen und die müssen schlauer sein. Und ich kann sagen, egal was du machst, geh nicht in diese Arbeitslosigkeit nach dem Motto Selbstfindungsphase. Bleib in Bewegung, auch wenn es der falsche Weg ist, aus zwei Gründen. Zum einen, du triffst auf irgendjemanden, der dich auf eine verrückte Idee bringt und wenn du diesen Weg gehst, triffst du auf einen anderen Verrückten, der dich auf eine neue Idee bringt, oder? Und zum anderen ist, durch all diese Jobs und all diese Wege, ich habe dreimal studiert und alles, weiß ich jetzt, was ich alles nicht werden will. Und jetzt ist dieser Weg so eng und so schmal und so übersichtlich, dass ich endlich mein Ding gefunden habe. Insofern nicht stehen bleiben, wie mit dem Fahrradfahren, beweg dich weiter, sonst kippst du um. Das ist meine Message. Also immer Teil der Kettenreaktion. Genau, ganz genau. Ja, genau. Ursache und Wirkung. Geil. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für die Einladung. Das Einzige, was mir leid tut, dass es jetzt schon zu Ende ist, aber wir holen es nach. Gerne. Vielen Dank. Danke. Es war bereichernd, extrem, dass er mich in diese Richtung hinein wie gesagt navigiert hat. Habe ich überhaupt nicht erwartet. Es war voll mein Ding. Ich bin voll aufgegangen darin. Und also ihr habt mir erzählt, er sei Autist, aber hättet ihr mir das nicht gesagt, ich hätte nichts davon bemerkt. Weder noch. Also es war wirklich ein schönes Auge-in-Auge-Gespräch mit einem sehr direkten, sehr ehrlichen, straighten Kollegen. es war wirklich entspannt. Und das ist das Wichtigste. Ich musste nicht gucken, wie meint er das, wie, wohin, was will er damit sagen. Nein, es war einfach straight und ehrlich und direkt fantastisch. Naja, dieses Geschichten erzählen. Also ich habe mich manchmal, also schon sehr oft in meinem Leben wie ein Alien gefühlt. Wenn es um Humor geht, Ironie, Sarkasmus, dann ist es dieses Gefühl heute noch einfach super stark. Und jetzt hatte ich ja das Gefühl, so 99 Prozent der Mechanik verstehe ich total. So ich verstehe Geschichten erzählen. Das ist voll meins. Und das ist halt einfach eine andere Art, das zu verarbeiten. Und das ist auch okay, wenn das jetzt nicht so meine Art ist. Aber ich fühle mich plötzlich da total nah dran. Das war nicht witzig, ein Podcast der Rosenau und des Suggestronfunks. Wenn es euch gefallen hat, schaut doch auch in die anderen Folgen rein oder lasst einfach gleich ein Abo da. Mich würde es wahnsinnig freuen. Ihr habt Lust auf tiefe Gespräche? Dann habe ich noch einen Tipp für euch. In der Gangster, der Junkie und die Hure sprechen jeden Donnerstag ein Schwerstkrimineller, ein ehemaliger Drogenabhängiger und eine Domina. Über ihren Alltag und ihr vergangenes Leben. Dabei kommen beeindruckende, aber manchmal auch ganz schön erschreckende Geschichten zutage. Jeden Donnerstag in der ARD-Augothek und überall, wo es Podcasts gibt.